Wir wollen jetzt auf Entdeckungstour gehen. Au! Entschuldigung! Weil wir suchen nämlich jetzt einen neuen Weg. Ja! Endlich können wir diesen Weg nach oben gehen. Und wir sind alle ganz gespannt, was wir da finden werden. Komm! 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 Ich weiß nicht, was ich filme, aber... Hat irgendjemand ein Schild gesehen, wo es hier lang geht? Ja, da vorne stand ein Schild. Super! Ich hätte nur so eine Marienfilme, wo ein Schild gesehen ist. Das ist schon... Hm! Oh, warte! Oh, Leute, Leute, Leute! Hier ist Kreuzung! Ohne Schild! Ohne Schilder! Ohne Schilder! Ja, schon, weil da... Ja, ich wäre auch wohl geradeaus. Oh, das ist so spannend! Der Sterne ist voll! Wuhuu! Neuer Weg! Meine Hand wird kalt! Ich misse Handschuhe ab! Nee, ich hab den... Dann fällt dir die Kamera gleich los. Ja, eben. Weil dann ist man so... Ohne Handschuhe ist man so unten... Gedings da, wo man es da hat. Der Sterne findet das gerade irgendwie total toll, dieser neue Weg. Ja, komm! Wir gehen immer geradeaus. Ja, aber da unten kommen wir bestimmt noch zum Fluss. Wir haben jetzt gerade beschlossen, unseren Weg wieder umzudrehen, weil wir wahrscheinlich nirgendwo hinkommen. Sofie, Dina, winken! Das war jetzt schön synchron! Wow! Ich hab's super... Sterne! Oh, oh, oh! Ouch! Ich habe das hier, dass die Baumstelle nicht gefährlich sind. Das haben wir mit, der läuft. Naja, jetzt hat es mir gescheitert. Jaja, jetzt... Nein, nein, ich habe ihn wieder gefunden. Nein, nein, nein. Ich glaube, mein Knie wurde gerade amputiert. Ich habe meinen Steigbrügel verloren und bin ungefähr dreimal an einer fucking Schneestangehänge gepriegt. Die ganz stehen hier, aber auch echt hängen. Ja, und die eine, ich glaube, die hat so ein bisschen gelitten jetzt. Ich weiß nicht. Und bei mir hat sie voll so gemacht. Und dann habe ich meinen Steigbrügel verloren und habe ihn nicht mehr wiederbekommen, weil ich war ja so beschäftigt mit Filmen. I'm filming in the sun. Ich habe den Geist dazu Olen. Untertitelung des ZDF, 2020